Tanoshime Soja Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Videos Online-Rang-Matches mit Manon So So, dann wollen wir mal schauen, wie wir uns heute schlagen Wir sind Wir sind ja Silber 1 geworden Und dann Bonnetan Das geht nicht so gut Ja, das ist besser Mal gucken Wir wollen mal versuchen, unsere Marissa-Technik ganz gut hinzubekommen Und hier kommt schon unser erster Gegner Ein Ken Hey, was geht? Hä? Wir haben Probleme gegen Springen Und gegen Die Eis Aber da sollten wir doch ein bisschen Ah, grab the lights Das hätten wir banden können Tschüss Chip Damage? Ja Ja Dann wollen wir mal Gut, damit denke ich Ah, das passiert so ein bisschen zu viel Ah, die Kombo will wir die ganze Zeit machen Und tschüss Und tschüss Okay, das war Das war schon mal gar nicht schlecht Ich glaube, wir kriegen auf den Rematch Das ging auch viel zu einfach Oh, das war gerade Oh, das war Was? Fight! Okay, den haben wir im Griff. Oh, nicht schlecht. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt, okay. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Oh, da hat er mich noch bekommen. Ah, da hätte ich ruhig was machen können. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ich hätte blocken sollen. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ah, da hat er mich mit ganz einfachen Sachen geklickt. Ich mach' einen Fehler, Alter. Das war, das war Fehler. Das war Fehler. Das war Fehler. Ah, das ist so... Das ist manchmal schwierig. Das ist echt schwierig. Okay. Wir kriegen kein Rematch. Danke für die, für den Punkt geklickt. Das war wirklich zu viel. Naja. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, unser nächster Gegner, ein Ryo. Problemkillerrisser. Chinese. Okay, wollen wir mal gucken. Entschen. Oh nein. Tschüss. Tschüss. Okay, level 2. 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 level 2. Okay, 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 level 2.